Wusstet ihr, dass Aids auch eine Heilung für Ebola ist? Ich wusste es. Perfekt. Weil es mich scheiß interessiert, weil hier oben kein Ebola ist. Sollen die da unten doch alle hungern? Junge, danke schön. Du bist echt nett. Genauso wie wegen den Asylanten. Ist mir doch scheißegal. Asylanten, ne? Ist so, Mann. Die jagen uns doch eh irgendwann alle hoch. Willkommen zu Rocket League und der Ball ist direkt schon bei uns, weil ich rausgetappt bin. Das nennt man Professionalität im Spiel. Boah. Hast du diesen Profi gleich gesehen? Nee. Hast du diesen Skill gesehen von mir? Oh, und er macht direkt nicht das Tor. Oh mein Gott, ich bin so Profi in dem Game. Ich Profi. Habe ich ihn rein? Nein, ich meine nicht. Hey, ich habe Vorlage gegeben. Mach nicht diese. Okay, gut. Ich hasse Leute, die es immer angucken wollen. Die haben sie nicht. Also du fährst. Garfk, lass mich in Ruhe. Aha. In unsere Richtung. Das hast du gut gemacht. Der ist gegen den Geflogen. Ich habe ihn noch ein bisschen gebremst im Ball. Ich werde die ganze Zeit angeschrieben auf Skype, ey. Wieso habe ich den Müll noch offen? Wir benutzen heutzutage noch Skype, Alter. TS. Das ist alles, was ich brauche. Ich hätte eigentlich den Boost noch mitnehmen können, habe ich nicht gekriegt. Fuck weg. Ja, geil. Hast du gut gemacht. Nice. Schön auf deren Seite. So wie sie es gehört. Oh, scheiße. Was fällt verrückt, ja. Du spielst schon ESL, oder? Wenn du den hoch bringen kannst, dann bring den immer hoch. Also dann komme ich mit meinem krassen Profile. Mit Doppelrechtsklick, oder was? Ja, einfach gerade mit Doppelrechtsklick manchmal. Beispiel so. Ups, scheiße. Ja, wir sollten vielleicht mal hingehen. Oh, ich habe ihn weggerammt. Er hat genauso viel Pech wie wir sonst. Echt so. Mein Gott, die schicken die ganze Zeit irgendwelche mülligen Links in die Gruppe. Alter. Hast du deinen Scaboff beschäftigt, oder was? Ja, Mann. Ja, echt nicht. Ich hab abwesend bin. Nein, das habe ich getan. Ich bin Profi. Ey. Machst du weg den. Ich hab dir gepasst, Alter. Ich bin gut. Und ich bin die Wand hochgefahren, weil ich das gar nicht wollte. Ich mach dich kacken raus. Oh ja, Boost, Boost, Boost. Oh ja, schade. Oh, wie du in die Luft holst, Alter. Nein. Ich hatte den vollen Boost und verkackst du. Ja. Nice. Nice. Okay, ich den Shit schon wieder. Nice. Ich hab's gemacht. Du guckst. Kicks. Oh, Mann. Ich muss meinen Skype auch nur schnell beschäftigt, aber ich bin einfach drauf. Kennst du diesen Moment, wenn deine Badehose einfach dieses Netz hat und das alles zerquetscht? Äh, ja. Den kenn ich manchmal. Ja, und wenn der jetzt reingeht, ne? Ja, easy. Vorlage, okay. Also, ich schließe mal kurz mein Skype oder so. Es leckt jetzt beschäftigt. Okay, so. Geht weiter. Was? Geht weiter. Ich weiß. Hab ich nicht? Ja. Ich war schon wieder im Ingame. Ich will auch noch ein Tor machen. Ich hoffe mal, ich schaff das auch noch irgendwie. Außer du machst wieder den Pfeilrückzieher des Todes und bei mir ist Fenster offen und man hört es in der Aufnahme richtig laut. Äh, ja. Profisatiert auf YouTube. Da kommt auch noch ein Video von mir zu. Nicht. Ja. So fährt man richtig. Und er tut ihn selber noch wegmachen vom Tor. Ist er dumm? Ist der Gegner dumm? Ich glaube schon. Ey. Dankeschön. Ach, ich hab 100er Nitro. Nein, der war höher als ich. Fuck der, shit. Alter, ich bin sowas von kein Abwehrspieler, ne? Hä? Du bist auch Manuel Neuer. Das bin ich nicht. Ich bin Cristiano Ronaldo vielleicht. Aber nicht Manuel Neuer. Hä? Sagst du noch immer? Und er macht ihn. Ja, weil du meintest Manuel Neuer und dann meinte ich die ganze Zeit Manuel Neuer. Alter, wie das krass ist, Alter. Und der macht ihn da noch. Ja, da hab ich nichts tun können gegen. Ja. Erfährst du? Ja. Lass er spielen. Nein. Nein, 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 nein. Du bist da. Ich hab's nämlich verkackt. 100er Boost. Dö, 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 ich komm. Dö, 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 und du machst ihn vorbei. Malz. Kripp Lamborghini. Ich musste mal Mitte zu bringen. Ja, Mitte ist immer gut. Oh, Alter. Junge, wie ich weggerammt wurde. Richtig abgehobene Boys. Jetzt, 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 jetzt. Ja, nice. Du Carrier sicher. Wusstet ihr, dass AIDS auch eine Heilung für Ebola ist? Ah. Ich wusste es. Perfekt. Weil es mich scheiß interessiert, weil hier oben kein Ebola ist. Sollen die da an... Sollen die da unten doch alle vorraten? Junge, danke schön. Du bist echt nett. Genauso wie wegen den Asylanten. Ist mir doch scheißegal. Asylanten, ne? Ist so, Mann. Die jagen uns doch eh irgendwann alle hoch. Ja. Die bauen eine Bombe aus den Sachen, die sie finden, Alter. Ja, easy Molotov. Das geht schon schnell. Ja, einfach ein Alkohol. Bisschen, im Aldi. Bisschen Pfandflaschen wegbringen. Dann am Aldi sich Wodka kaufen und der andere aus einen Cocktail machen. Bisschen Sammeln. Bisschen Sammeln. Bin ich rangekommen. GG. Huah. Alte. Okay, nice. Oh Mann. Haben wir gut gemacht. Ich würde sagen, heute eher ein kürzeres Video. Deswegen war es das. Schaut nicht bei Kenia vorbei. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Ja. Da hat aber nichts mehr hoch. Beim Fizien so scheiße ist... Hast du Designs gemacht? Was? Ja. Ja, du hast aber FX. Ich weiß. Aber ich habe damit mega lange aufgehört und das war nicht auf meinem Kenny Haar-Account. Okay, perfekt. Auf jeden Fall. Das war's. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, wenn die Aufnahme stoppt. Soll ich vielleicht noch lernen. Aber das ist gut, weil dann kann ich noch weiter mit euch reden. Und tschüss.